So Leute, ich habe ja gerade ein Video aufgenommen hier bezüglich der Schließung des E-Shops für die Wii U und den Nintendo 3DS. Also das 3DS Video, das werde ich jetzt hier im Anschluss aufnehmen. Aber ich habe jetzt vorhin für die Wii U, da habe ich noch voll ein paar wichtige Spiele vergessen. Die wurden nämlich aufgelistet. Ihr müsst da saumäßig aufpassen. Im E-Shop hier für die Wii U. Das ist super unübersichtlich und ich habe es extra schon so gemacht von den Kriterien, dass irgendwie alles dabei ist. Und trotzdem haben Sachen gefehlt. Also ihr könnt ja auch mal irgendwie online gucken im E-Shop oder so, dass ihr da bloß nichts verpasst. Und damit jetzt wirklich hier diese Titel auch nochmal genannt werden, die vorhin wirklich leider übergangen wurden. Ganz wichtige Sachen dabei. Deswegen hier mal ein kleiner privater Einblick auf meine Wii U. Und dann seht ihr nämlich, was ich hier noch habe. Und da sind nämlich ein paar Sachen dabei, die wurden ja vorhin eben nicht gelistet. So. Auf jeden Fall, weil da sind Sachen dabei sau wichtig. Vor allem ganz, ganz, ganz bestimmter Titel. Ey. Ihr werdet es gleich sehen, ja? So. Moment. So, hier Child of Light war glaube ich vorhin nicht dabei. Äh. Ja, saugelle Spiels dürfte die selbe Engine sein wie bei Rayman Legends. Äh. Guckt euch das mal an. Gibt es aber auch für viele andere Plattformen, ja? Unter anderem auch für die Switch. Hier, Pikmin 3, das habe ich übrigens erwähnt, das habe ich nicht erwähnt, das war vorhin nicht dabei. Rock'n Racing Offroad. Äh. Könnt ihr euch auch gleich hier die DX-Variante holen. Also was heißt eigentlich DX? Ich denke mal einfach Deluxe, ne? Äh. So ein bisschen wie... Ach, das gab es irgendwie auch für das NES und für Super Nintendo. Das für das NES, das war super cool, das konnte man zu viert. Irgendwie so halt hier, ja, Offroad. Einfach mal, das könnt ihr machen, das hat nicht viel gekostet, ja? Also, äh, paar Euro irgendwas, 3, 4 Euro, ne? So. Hier, ähm, Oddworld, New & Tasty. Ja, das war jetzt nicht so ganz günstig. Äh, das dürfte 19,99 kosten. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich mache jetzt hier einfach nur dieses ganz kurze Video. Einfach nur gerade als, ähm... Ach, so ein bisschen wie wenn es immer hieß, hier, Captain's Log Supplemental. Ja? Also, das ist jetzt hier sozusagen Zusatz-Eintrag. Ja? So. Aber das ist halt einfach saugeil, das zu haben für die Wii U. Obwohl es das auch für die Switch gibt und für andere Plattformen. Ich wollte mal wissen, wie das da läuft. Äh, läuft nicht so ganz flüssig, ja? Aber trotzdem cool, das zu haben. Müsst ihr euch nicht unbedingt freuen, ja? Hier, Gianna Sisters. Wie gesagt, auch für andere Plattformen verfügbar. Ähm, trotzdem geil. Für die Wii U, super geiles Spiel, geil, super, super geiler Soundtrack, ja? Äh, ihr kennt vielleicht noch die, die alten Gianna Sisters Teile. Gab's überhaupt mehrere, keine Ahnung, aber Gianna Sisters ist auf jeden Fall ein alter Spieletitel, ja? Er ist ein Jump'n'Run, sau, sau, sau geil. Falls ihr es nicht kennt, auf jeden Fall angucken, ja? Hier, Gunman Clive. Clive? Clive? Ich würde ja eher sagen Clive, ne? Äh, hab ich ja vorhin schon gesagt. Absolute Kaufempfehlung, sehr günstig. Hier holt euch das auch noch. Holt euch noch Trine, Enchanted Edition und Director's Cut. Was heißt denn Enchanted Edition? Enchanted? Was heißt denn das? Ich glaub, das heißt, äh, verzaubert, ne? Oder es ist vielleicht sogar eine bezaubernde Edition. Was auch immer. Holt euch das, ja? Könnt ihr zu viert? Ne, Quatsch, zu dritt, ne? Wie so ein Jump'n'Run mit Rätseln, ja? Also hier beide Teile, äh, gibt's noch mittlerweile so eine Collection. Also auch für die Switch, äh, mit, mit allen vier Spielen, ja? Aber das hier ist trotzdem geil, das zu haben für die Wii U, ne? Es kriegt ihr zum Beispiel für die 360, kriegt ihr hier Teil 2. Zumindest bis vor kurzem konnte man die sich noch runterladen, mental schon nicht mehr. Also auch für die 360 verschwinden immer mehr Spiele, ihr müsst da echt aufpassen, ne? Also, und das hier, ne? Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich jetzt noch dieses kleine Video hier mache. Affordable Space Adventures. Boah, Leute, holt euch das. Sau geil, das könnt ihr auch zu dritt. Dann könnt ihr quasi machen, dass einer Schiff steuert, der andere ist Wissenschaftsoffizier und noch einer ist dann Ingenieur. Sau geil. Ja? So ein bisschen Metroidvania-Technik. Vielleicht so ein bisschen wie, wie hieß denn das noch? Song of the Deep. Guckt euch mal alles an, Song of the Deep. Gibt's leider nicht für die Wii U, auch nicht für die Switch bisher. Aber es ist ein saugeiles Spiel. Vielleicht so ein bisschen wie das, ja? Auch wenn das hier irgendwie ein bisschen linearer ist, ja? Geil. Sau geil. Holt euch das, das kriegt ihr sonst nirgends, ja? Das hier auf jeden Fall. Leider war es nicht so ganz günstig. Ich glaube... 17,99 oder so könnte es vielleicht gekostet haben, ja? Aber macht es, ja? Also wenn überhaupt Spiele holen jetzt, dann auf jeden Fall das hier und das andere hier mit Michael Schumacher, ne? Das F1 Race Champions oder wie auch immer das hier ist, ja? So. Dann hier, Schaffeln, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Absolute Kaufempfehlung. Oh yeah, das ist, glaube ich, so das einzige Spiel für den DS, was ich habe, für die Switch. Es ist einfach geil, Mario 64 DS zu haben, weil das einfach nochmal mehr Umfang geboten hat als das normale Mario 64 DS. Und das ist ja auch bei dieser Collection nicht dabei für die Switch. Das kann man schon machen, glaube ich, für 9,99. Hat es, glaube ich, gekostet, aber es geht schon, ne? Ja, hier übrigens noch zu Apps. Es gab früher, gab es halt eben auch da, hier... Boah, das ist schon lange her, da hieß das irgendwie noch Amazon Instant Video, ne? Also hier, das Prime Video halt, ne? Netflix und alles gab es halt dafür, ne? Was es ja leider für die Switch nie gab. Inzwischen halt alles nicht mehr, geht nicht mehr, ne? Also es wurde halt leider eingestellt. War aber geil, wo es das noch hierfür gab, ne? Habe ich ja vorhin schon gesagt, läuft nicht so ganz blössig das hier, ne? Tank, Tank, Tank. Ja, mein Gott. War, glaube ich, ziemlich günstig. Kann man machen. Wenn es jetzt immer noch günstig ist, kein Plan. Monster hatte, keine Ahnung, habe ich schon runtergeladen. Ja, aber kostenlos. Nehmen wir halt dick. Ja, nie wirklich gespielt, dieses Spiel. Aber es ist halt einfach, weil es auch günstig war, ne? Wie gesagt, Teil 2 gibt es ja noch für den 3DS. Ich habe es hier nie gefunden. Vielleicht gibt es auch noch für die Wii U, Teil 2. Keine Ahnung. Wie gesagt, Axiom Verge, habe ich euch auch gesagt. Super geil, wenn ihr es habt. Super geiles Spiel. Metroid-Wayner-Technik für die Wii U. Das hier habe ich auch nie angezockt. Das habe ich schon wieder geholt, weil es mal irgendwie billig war. Wie gesagt, hier absolute Mega-Kopf-Empfehlung. F1 Raystars. Habe ich schon vorher erwähnt. Super Toy Cars. Könnt ihr übrigens zu viert. Auch habe ich euch gesagt, dass ihr das hier auch zu viert könnt. Also nur das... Ne, Quatsch. Ne, Quatsch. Ich glaube, ich könnte sogar zu fünft. Ich glaube, das könnt ihr zu fünft auf der Wii U, ne? Und das ist geil. So. Ich erwähne jetzt mal noch ein ganz anderes Spiel hier, ne? Nur mal so am Rande. FIFA 13, ne? Ich glaube, das konntet ihr auch zu fünft auf der Wii U. Und da gab es sogar noch so einen Manager-Modus, der derjenige, der dann irgendwie... Oder Trainer-Modus, der irgendwie das Gamepad hat. Sau geil. So geil Leute, die eigentlich nicht so viel anfangen können mit Fußball, aber wenn ihr Flaschen mal die alte Saison erleben wollt, ja? Von damals, geil. Das gab es so auf keiner anderen Plattform, ja? Also das kann man sich wirklich mal angucken. Wenn man es günstig kriegt. Nur mal so am Rande. Ja, das hier läuft leider nicht so ganz flüssig. Super Toy Cars. Ist aber trotzdem noch spielbar. Ja, nur dass ihr es wisst. Glaube ich für 6,99 oder 7,99, ne? Was das hier ist, keine Ahnung. Habe ich mir auch runtergeleihen, was kostenlos war. Vielleicht eine Demo oder so. Wie gesagt, ich habe euch ja schon vorhin erzählt, Star Fox Zero ist gar nicht so schlecht. Wie ihr mal vielleicht denkt. Rayman Legends Challenge App, keine Ahnung, auch kostenlos gewesen. Also gerade so kostenlose Sachen. Ladet euch das einfach noch runter, ey. Könnt ihr wieder löschen. Aber dann habt ihr wenigstens immer noch Zugriff drauf, ne? Hier, ähm, Grand Prix, Rock'n'Racing, das geht aber nur zu viert. Auf der Switch, ne, nicht auf der Switch. Also hier auf der Wii U gibt es aber auch für die Switch, ne? Und das hier gibt es natürlich auch für die Switch, ne? So. Und das hier auch. Und das, das nicht. Wie gesagt, das auch. In diesem Viererpack, ne? Das auf gar keinen Fall. Das gibt es hier nur für die Wii U, ganz wichtig, ne? Das ist natürlich auch für die Switch. Switch, Switch. Ich glaube, ich bin es ja nicht für die Switch. Switch. Da bin ich mir nicht sicher. Kann aber auch sein, dass es auch für die Switch gibt. Switch. So, ich glaube, ich glaube, wir sind nicht teuer auf der Switch. Switch, Switch. Da bin ich mir nicht sicher. Auf gar keinen Fall gibt es das auf der Switch momentan. Deswegen hier holen, ne? Das gibt es für die Switch. Das Star Fox Zero gibt es auch nicht für die Switch, weil ich weiß, das Rayman Legends gibt es für die Switch. Das ist aber eine etwas andere Fassung. Also, wie gesagt, Rayman Legends holte ich das auch mal für die Wii U, weil ihr könnt es auch zu fünft und das Gameplay war ein bisschen anders, weil das noch mehr ans Gamepad adaptiert war. Die Levels sehen auch minimal anders aus. Also, es gibt so ein paar Hindernisse quasi hier. Das ist dann einfach anders. Also, schon in den ersten Leveln. Guckt euch das mal an. Das ist sehr interessant, ja? Die Version auch mal zu haben. So, habe ich gesagt, wie gesagt, nicht ganz flüssig. Muss man da eigentlich nicht unbedingt haben. Dann hier den Teil, ne? Und jetzt noch Captain You. Ja, Leute. Warum habe ich mir das geholt? Na, weil es halt auch so ein kleines blaues Männchen ist, ne? Ist gar nicht so scheiße, wie ich dachte, ja? Ich dachte, es wäre so ein billiger Mario-Klon, aber es macht tatsächlich mehr Gebrauch vom Gamepad als manche andere Spiele, ne? Ich glaube, für 2,99 macht er es. Dürfte auch exklusiv sein, ja? Dann habt ihr Captain You, ne? Wenn das kein Grund ist, sich noch eine Wii U anzuschaffen und hier was runterzuladen, dann weiß ich es nicht. So, jetzt, Leute, ne? Hier ist nichts mehr, ne? Also, damit ihr wirklich das hier nicht verpasst, ja? Deswegen hier noch, weil jetzt dieses kleine Video. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde die Videos auf meinen 3 Kanälen hochladen. Ich glaube, das erste lade ich... lade ich hoch bei Let's Play & Talk Live. Also, meinen Hauptkanal, den gibt es ja nicht mehr. Der hieß Let's Play & Talk. Also, das hier werde ich hochladen bei Let's Play & Talk Notfallkanal wahrscheinlich dann. Und das dritte lade ich hoch bei Let's Play & Talk Gaming. Der lade ich dann das hoch hier mit, äh... also, mit dem 3DS, ne? So! 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 Äh... Fertig. Bis zum nächsten Video. Ich glaube, das wird nicht so lang, wenn wir in 3DS sind. Aber wir werden es sehen. Hier, denkt dran, Captain You! Bis dann! Ich glaube, das wird nicht so lang, wenn wir in 3DS sind.